Für unsere einzigartigen und hochwertigen Gesundheitsprodukte wollen wir ja nur das Beste. Deswegen verwenden wir hier dieses ganz spezielle Miron Violett Glas. Das bietet einfach einen optimalen Schutz. Also alles an Strahlung, was von außen kommt, wird eben durch dieses Glas, durch diese violette Farbe optimal geschützt. Einfach noch mal deutlich besser wie nur bei Brauenglas und natürlich Plastik. Deswegen geben wir alle Getränke, Pulver und eben unsere Sprays in dieses ganz besondere Miron Violett Glas. Bis zum nächsten Mal. ие bis zum nächsten Mal. مس Bis zum nächsten Mal.